Herr Mecholt, wir haben hier zusammen mit der Firma Stiller die Reitböden realisiert. Sie als erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter, nun Ausbilder und Parcourschef an nationaler Ebene. Was sagen Sie zu unseren Böden? Ich habe ja bereits auf meiner eigenen Reitanlage sehr positive Erfahrungen sammeln können mit diesem Reitbodensystem von ECOCONT und diese eigenen Erfahrungen bestätigen sich hier in vollstem Umfang, muss ich mal sagen, auch im Gespräch mit Kollegen und auch Reitern, mit denen ich gesprochen habe, war heraus zu hören, dass alle sehr zufrieden sind und insbesondere ist, finde ich, sehr gut, dass sowohl die Dressurreiter als auch die Springreiter mit den Bedingungen, was den Boden betrifft, sehr zufrieden sind. Der Grip, die Standfestigkeit und auch die Elastizität sind hier besonders herzlich vorzusehen bei diesem Boden. Es ist toll und scheint der Sparat gelungen zu sein. Und wir freuen uns im nächsten Jahr hier in Berlin beim Hauptstadtturnier 2010 wieder dabei zu sein. Vielen Dank!